Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Himmel, also mir geht es ganz ausgezeichnet. Darf ich mal sagen, freue mich mit euch hier auf Fahrt zu sein. Und die Stimmung ist insgesamt sehr gut. Danke. 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 Jetzt ja, Wolfgang. Jetzt ja. Ja, fantastisch. Diese Wolkenbildung dazu. Ah, ja, richtig. Christian den Fjera. Ja, da haben wir damals das letzte Mal das Klausel standen da hinten auf diesem... Und da haben wir die Amel wie die Weltmeister mit Krabben, da hat der Krabben rangehängt. Und du, ein nach dem anderen. Ja. Ach, er sucht wieder den richtigen Standort für die Aufnahme. Ich frage mich die ganze Zeit. Jockel, die Handtücher sind aber fürchterlich im Koffer da. Jockel, wir gehen jetzt, nicht? Na ja, für ein gutes Bild. Mensch, Jockel. Undo ist fein. Free Climbing, wie es heißt, ja? Lass dich doch nicht entmutigen. Ein bisschen Einsatz, Jörg. Das ist auch für Himmel etwas schwierig, die Kamera so steil zu stellen, dass es wirklich echt aussieht, wie Extremkletterer. Du könntest mal ein bisschen reinfallen. Jockel, das würde sich jetzt gut machen. Man spritzt auch ordentlich von der Höhe. Ja, dann los geht's doch. Ach nee, ich muss immer wieder sagen, das ist gar kein Wunderraum, warum ich hier gar nicht erfahre. Então, man kann es sich selber wieder denkst. Film dokumentiert. Wenn das Schöne ist, wenn man das dann vorführt, können wir sagen, ja, die ich jetzt gerade im Blick habe und das war unsere Hüte.